Diese Frage ist gut, die hat etwas zu tun mit Zeitung. Dann muss ich mich als Journalist verkleiden für diese Frage. Wie viele Bäume braucht man um die NZZ am Sonntagsausgabe? Jawohl, also ich habe mal geschaut, die New York Times, das steht jetzt einfach so, ich lasse das jetzt mal im Raum stehen, braucht 83'000 Bäume. Und dann habe ich, wie es so ist heutzutage, man nimmt JGBT, es kommt auf die Grösse der Bäume an, ist ein recyceltes Papier, weil nicht alle Neues nehmen, die Dicke vom Papier. Es ist also so, dass es eigentlich einen Baum braucht für eine Ausgabe vom NZZ am Sonntag. Ein Baum.